Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Wehrbude. Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Murder Funny Moments. Heute zum ersten Mal mit Lord Ecke dabei. Hallo. Hallo. Wenn ich jetzt Detective wäre, würde ich meinen Bogen raus holen und dich abknallen. Aber dann wäre ja die Chance, dass du sterben würdest, falls ich kein Mother bin. Ja, aber naja, eigentlich nicht, weil wenn ich Detective bin, bist du ja sowieso immer Mörder. Das haben wir ja schon gelernt. Das ist auch der einzige Grund, warum ich mir relativ sicher bin, dass du es nicht bist. Dass ich kein Detective bin. Aber noch keine Fall, also nur ein Fall. Aber ein Fall reicht ja schon, um den Meister zu tun. Eventuell. Ja, weil jeder entwohlen wird, Alter. Nein, nein, nein. So. Die ersten Toten. Ich glaube, jetzt beginnen einfach die meisten random zu killen, weil sie keinen Bock haben. Na ernst? Wird der so leinweilig? Na warte, es wird Rache geben. Ich gehe beim Wurstspiel für meine Seele verwetten. Für deine Seele verwetten? Ja. Wenn ich Glück habe, bekomme ich Geld. Hä? Warum habe ich wieder so irgendwie mega lecks? Äh. Warum leben denn auf 13? Hat der Mörder wieder Suki schlagen? Einer schreibt, dass es so einer mit einem Enderman Gesicht ist und so grünen Augen. Ja. Okay, ich kann es gleich mal gucken. Ich bin beim Glücksspiel gestorben. Oh, der Tatsch. Wart mal ab. Bist du Mörder? Ja. Schade, ich war nicht Detective. Nein. Geben kriegen. Äh, Mädchen, Mädchen. Die ist gerade neben dir auf der Seilbahn gefahren. Und die hat sie... Ja, scheiße. Ist die gerade hinter mir? Was? Die ist hinter mir, oder? Die ist hinter mir. Ja, die Tüte dauernd hinter mir. Schlägt dauernd. Ja, die war es nicht. Kopf auf Tischplatte, Junge. Das ist sehr geil. Ist das ein Trend? Äh, seit einer Zeit... Willst du mich verarschen? Bist du tot? Ja, der Erste, dem ich in der ganzen Runde übern Weg laufe, holt erst mal sein scheiß Schwert raus. Du Haufen Scheiß. Fanny Mama ist nur hierbei. Ich bin nicht Fanny. Ich bin nur traurig. Ja, das stimmt. Da muss ich dir zustimmen. Aber irgendwie kriegen wir das trotzdem Fanny. Und dann wegen meiner Anwesenheit. Schade. Was wäre denn? Also, naja. Drei-fach-Kopf-auf-Tisch-Platte, Junge. Klar. Sag mal. Hä? Ich hatte zwölf und vierzehn Prozent. Zwölf und vierzehn. Ich wiederhole mich. 99 Prozent Detektiv. Ich hatte grad 99 Prozent Maler und 99 Prozent Detektiv. Rat mal, was ich bin. Genau. Innocent. Scheiße. Komm schon, du. Ich hab geschielt. Ich hab geschielt. Ich werde doch für immer dünner bei dir kaufen, wenn du nur... Das musst du sowieso, sonst schmeiß ich dich aus der Aufnahme. Scheiße, wir könnten hinterher. Nein. Äh. Ich hab aber nicht geklaut. Ja, das ist immer ein Fehler. Ja. Vor allem, wenn du Marder bist. Rrrr. Ach, Scheiße. Ich hab glaub, der Typ, der von hinten in dich rein rennt, sticht dich jetzt ab. Ob ich das schon wissen würde? Ne, 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 ne. Alexa ist das? Ne, doch nicht. Kein Ernst? Du warst Detektiv? Mir ist klar, dass ich grad in dich reingerannt bin und du mich gezürzelt hast. Ja, ne, ja. Warum willst du mich rein, Mann? Ich bin einfach grad ausgerannt. Dann hast du auf einmal deinen Bogen rausgeholt und geschossen. Warum willst du mich rein? Das ist selbstlos. Ich bin normal gelaufen. Ich wusste ja nicht immer, dass du Detektiv bist. Das ist ein Dennis von Kerstesvarus. Ja und? Ein und zwei Prozent. Zehn und vierzehn Prozent. Rat mal, wer es nicht wird. Das war ja wirklich wieder sehr anspruchsvoll zu erraten. Wie kann das nur passieren? Das heißt, vielleicht tut es mir nur so, du wirst Mörder. Ja, vielleicht habe ich die letzten Runden auch immer nur so getan bei jeder Runde Mörder, ne? Genau. Ich war jetzt schon 80 Mal Mörder heute. Du bist ein Illuminati. Ich hatte dich und deinen Kanal entlaufen. Nein, bitte nicht! Ey, nee. Das sind reale Emotionen. Was? Dass ich ein Illuminat bin, ist eine reale Information. So wie Real Madrid. Ja, ja. Die ersten sind tot. Ich weiß, ich wirst dich nicht immer komisch fühlen, wenn du irgendwie die Sachen bearbeitest irgendwie und dann nochmal alles nochmal hörst. Das ist manchmal ein bisschen langweilig, aber komisch nicht wirklich. Ich bin, was man manchmal für eine Scheiße redet, oder? Na, das bin ich von mir selbst gewohnt. Es sind schon drei Tode inzwischen. Ja, ich weiß, es ist ja noch, wie ich selber YouTube kenne. Geil. Das war auch immer ziemlich lustig. Ich muss sagen. Ja, weil vielleicht gibt es ja irgendwann ein Comeback. Hier gibt es einen Stand. Umso mehr, wenn man hat, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit auf eine gute Potion. Man bekommt einfach eine random Potion reingedrückt. Rate mal, wer mal wieder Blind ist bekommen hat. Ich weiß noch, mein Hund aber nicht, ich bin wirklich dumm, Alter. Alter, wie lange geht meine Blind ist? Ah gut, nur noch vier Sekunden. Ach, hier bin ich. Oh Gott, wenn ich einen Meter weiter geradeaus gelaufen wäre, wäre ich voll ins Wasser gerannt. Ich habe ja gesehen, ich camp einfach eine Leiter. Aber es irgendwie dumm ist. Ja, eigentlich schon. Das ist total langweilig. Vor allem ist es so ein Pussy-Move. Ein Lodeck-Move. Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich mein, du bist du. Das war für dich was Neues, ne? Übrigens killt der Mörder mal wieder verdammt langsam. Oh ja, Leiter. Magst du mich auch? Ja, du magst mich Leiter. Was? Du verstörst mich. Ich mag Leitern. Ist dir doch mal aufgefallen, dass die Leiter eigentlich nur 2D Textur ist? Nein. Nein, 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 nein! Nein! Was? Da kämpft er einfach so ne Pussie. Nein, das wird so ne Wüsten. Warum denn? Ne Wüsten. Wie kann das nun geschehen? Warum hab ich dir gedacht, dass ich auf ne Leiter chill? Weil du doof bist. Aber ich schaff das sowieso nicht, das Leben noch zu viel. Ich war zu langsam. Weil das hier so... Du wolltest halt unbedingt dich umbringen, bevor mich irgendwer erwischt. Jetzt will ich das natürlich. Ganz schön scheiße. Das war jetzt nur eine Übung für dich. Weil ich wollte nicht so viel sein und ich wollte erst mal nicht üben lassen. Aber nächste Runde. Nächstes Mal, wenn wir noch mal aufnehmen. Dann wirst du bitter weinen. Junge, ich find keinen mehr. Ansage an Günther aus der Nullerbrudel. Ich sag dir, nächste Runde. Du wirst nie wieder mit mir das Mörderspielen kommen. Äh... Äh... Was denn? Du wirst nie wieder mit mir Mörderspielen kommen. Ach, schade. Ich hoffe mal, dass ich in einer der nächsten Runden dann detektiv werde. Aber wen seh ich denn da aus, wenn man in dem Video sieht, nur wenn ich verkriecke? So wie immer. Mörderspielen. Ich weiß es nicht. Mörderspielen. Alles klar. Willst du mir eigentlich verarschen? Rat mal, wer nicht Detektiv ist. Nach 89 Runden mit über 10%. Das war auch irgendwie eine Fähigkeit zu verraten, wer ein Mörder ist irgendwie. Ja, irgendwie schon. Ich geh aufs Klo kämpfen. Ja, es war schon auffällig, wie der dann gekommen ist. Aber ich hab da irgendwie nicht schnell genug reagiert, weil du irgendwie irgendwie geredet hast. Ja, du reagierst nie schnell. Vor allem nicht, wenn du Mörder bist und ich Detektiv. Ja, aber bei anderen Spielspielen reagier ich eigentlich schon schlecht. Nein, du reagierst nicht. Alter, ich hab das Gefühl. Bei anderen schon. Ich hab das Gefühl. Ich bin Action-Rollenspielspieler, Alter. Du, kleines Biest. Du, kleines Biest. Du, kleines Biest. Ach, du bist Action-Rollenspielspieler. Sag das doch gleich. Nein. Du musst doch ausschneiden. Nein. Warum denn? Weil... Scheiße, einer hat mich gesehen. Jetzt muss ich wohl leider euch alle umbringen. Ich meine natürlich... Ich meine natürlich guten Tag. Ich würde gerne ein gutes Gespräch beginnen. Wahrscheinlich so im Best-Obt. So hört man doch, wie ich Rage und schicke. Ja. Scheiße. Was für Otter. Deine Mutter ist ein Otter. Der Otter. Der Otter ist Mörder. Nein. Sag mal, lass mich doch einfach... Schade. Das ist immer nur, was du da bräuchst. Lass mich doch einfach in Ruhe Menschen töten. Das wird mal eine Straßtage. Lass mich doch einfach in Ruhe Menschen töten. Lass einen übersehen, der wäre über dir. Das ist eine der besten Runden in letzter Zeit. Ich finde als Mörder halt übel schlecht. Wie verlächtigst du immer zu mir kommst, Alter. Aber ich habe halt kalt geredet und ich war wieder vertieft. Ich muss nicht mehr konzentrieren auf das Spiel. Oh, nee. Naja, ich habe nichts nicht ernst genug. Weil sonst würde ich dich immer töten, wenn ich ernst wäre. Ja, glaube ich. Ja. Okay. Okay, jetzt bin ich schlecht. Aber in einem Monat. In einem Monat. Glaub mir. Dann würde ich alles hindern. Du könntest... Scheiße! Ach, rate mal, wer für 15% Detektive-Chance hat, und das trotzdem nicht wird. Ich war dann mit 5% Grad ewig zurück. Ey. Rate mal, wer es nicht geworden ist. Mir darfst du mal wieder raten, wer es nicht wird. Naja, aber sehen. Werden wir ja gucken. Ja, das werden wir. Aber... Aber nee, ich wenden wir da unter den Detective. Das fände ich dezent lustig. Oh, okay. Darf ich bitte nochmal erwähnen, wer mal wieder nicht Detective geworden ist. Rate mal, wer inzwischen 17% Detektive-Chance hat, und es nicht wird. 17%? Na, das ist doch wenig da passiert. Ich hab genauso viel wie in der letzten Runde. Oh. Rate mal, wer nicht Detective geworden ist. So. Rate mal, wer vermutlich gleich 18% Detektive hat, und es nicht wird. 30%. Oh, ich hab auch... Ah, nein. Ich muss mich korrigieren. Alter. Ich hab 23% Detektive. Ich hab 23% Detektive. Alter, 17%. Ja. Ich hab 23% Detektive. Rat mal, wer es nicht geworden ist. Ja, nein. Alles klar. Rat mal, wer es nicht geworden ist. Rat mal, wer es nicht geworden ist. Rat mal, wer nicht Detective wird. Rat mal, wer nicht Mörder wird. Rat mal, wer nicht Detective ist. Rat mal, wer nicht Detective geworden ist. Rat mal, wer nicht Mörder geworden ist. Rat mal, wer nicht Detective ist. Rat mal, wer nicht Detective ist. Ja, das wäre für 20%. Rat mal, wer mit 19% nicht Detective ist. Du? Ach, das hast du aber gut erraten. Wie kommst du da nur drauf? Ich weiß nicht. Ich höre sie ja rein. Übrigens möchte ich nochmal anmerken, Rat mal, wer mit 23% wieder nicht Detective wird. Naja, mal sehen. Vielleicht diesmal schon. Rat mal, wer mit 23% nicht Detective geworden ist. Ich bin echt 100% kein Mörder. Ich kann das langsam nicht mehr ernst nehmen. Ja. Dann spielen wir dich pranken. Gut, meine Sprint-Taste ist gerade abgekackt. Ich bin gerade hinterher in die Schlucht gefallen. Guck dir zu, ja. Und ich habe keine... Oh. Das habe ich schön auf Video. Nein, nein, das schneidest du raus. Nein, nein, das schneidest du raus. Keine Angst. Am Anfang der Runde ist mir genau dasselbe passiert. Was denkst du, warum ich tot bin? So, rate mal, wer mit 20% wieder nicht Detective wird. Ich weiß jetzt schon. Ich bin 17% Mörder. Rate mal, wer nicht Detective ist. Oh, schon wieder, Alter. Da habe ich die ganze Zeit Mörder und ich werde aber nicht Mörder. Das ist einfach so lächerlich. Ich weiß jetzt schon, dass ich das Video rate mal, wer wieder nicht Detective ist nenne. Und ich habe richtig Glück. Ah, übrigens habe ich dein Schwert ganz genau gesehen. Du Haufen Scheiße. Fick dich. Mann, ich kann nicht sprinten. Gut, einer hat es geschrieben. Ich sehe die aber nicht. Deswegen ist die Map übel schwer für A. Irgendwie, bei mir war es echt ein bisschen verbockt. Wollen wir Wetten abschließen? Wer mit 22% wieder nicht Detective wird. Das sind nur 2 Euro. Ich mache noch maximal 2 Runden. Danach höre ich auf jeden Fall auf. So, rate mal, wer mit 22% nicht Detective geworden ist. Ich weiß. Hör auf mich zu töten. Hör auf mich zu töten. Du bist so ein Arsch. Das war nicht ich. Das war Alex. Ich wollte dich beleidigen. Sorry. Tut mir leid, Leiche. Ich wollte dich beleidigen. Tut mir leid, Leiche. So, letzte Runde. Meine Chance sinkt natürlich nochmal schön um 7%. Ich habe inzwischen fast genauso hohe Mörder wie Detective Chance. Ich dachte gerade echt, du wirst es vielleicht Mörder. Ne. So. Übrigens, rate mal, wer mit 15% nicht Detective geworden ist. Ich. Okay, damit würde ich sagen, das war es mit dieser Folge Mannschaft. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ich verlasse die Runde. Ciao. Okay, das ist der Beste. Ciao. Nicht lügen. So.